Hallo und Willkommen zu meinem neuen Let's Play Rainbow Six Vegas. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hüpfen ins Spiel rein. Einstellungen hab ich gemacht und los geht's. Schwierigkeitsgrad, na normal. Hm, brauch ich ein bisschen länger zu bleiben, wie es aussieht. Ah, jetzt geht's weiter. So, Ubisoft präsentiert eine Ubisoft Montreal Production. Rainbow Six Vegas. Floor Park. Wo ist dein Dean? Wo ist dein Ziel? Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Red einfach weiter. Verena wird wegen des Anschlags auf die französische Botschaft in Bogotá gesucht. Okay. Was macht sie dann so weit im Norden? Sie arbeitet mit Menschenschmugglern. Koyoten. Das war nicht das erste Mal, dass Terroristen die Koyoten benutzen, um in die USA zu gelangen. Gut. Los geht's. Six will sie lebend. Oh Mann. Mehr Blut innen als außen. Schade. Wir haben die Koordinaten erreicht. Passt auf. Von der LZ rückt ihr in Richtung Fabrik vor. Rechnet mit starkem Widerstand. Viel Glück. Gut. Los geht's. Das war im Übrigen gerade ein wunderschöner Überfluch mit dem Hubschrauber. Lürgen. Rögen. Rögen. Rögen am zweiten Sammelpunkt. Da holen wir Kahn und Gäber ab. Roger. Rögen vorzuhalten spanischen Missionen. Auch mal schauen, ob wir vor Waffen haben. Äh. So. So. Gucken wir mal, wer hier wohnt. Oh. Oh. Wollte ich gerade was Röden hier gesehen? Nö. So. Keine zu Hause. Was blindes Schießen ist nicht sehr präzise. Bla 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 bla. Das ist auch noch ganz schön reingelangter Kollege. Okay. Auch es gibt doch mehr, es gibt doch mehr einen Haufen Tutorial-Tipps, die mich nerven werden. Na gut. So. Also nicht können wir uns beiden ordentliche Ausrüstung aussuchen. Das ist ja furchtbar, was wir da haben. Was hat denn der gehabt gerade? Gerne da. Ach. Ach. Wir haben hier auch noch mal her. Zum fröhlichen Flasche schießen oder was. Ja, wir haben hier 1, 2. Oh. Wolltödel. Was will ich denn hier hinten noch wegputzen? Okay. Die Leute hier haben keine schlechte Idee. Die schießen jetzt Panaten aus, hier. Überraschung. Dann nehmen wir uns erst mal den vor. Ja, ich war. Okay, da bist du halt auch dran. Die Maus war wirklich schon wieder nervig. Hat sie ihn erwischt oder? Nee, da ist noch da. Ach, welche welche. Komm, stecken wir schon rein. Welchen nochmal? Was hab ich denn jetzt hier? Was hab ich denn jetzt gezogen hier? Wo ist die Stolle? Ich weiß schon, wie gut die ist. Ach, die Scheiße. Kannst doch mit Erbsen werfen. Denk daran, nach alternativen Wegen zu suchen, wenn du auf schweren Widerstand stößt. Ach, da hinten sind auch welche. Oh, ja. Okay, die Pistole ist kacke. Gucken wir uns mal die MP5 an. So, kann man da was drauf machen? Ja, Zielfernrohr mal drauf machen. Aber ich stehe da auch schon an. Ja, ja, ich komm gleich mit dir, mein Freund. Ich werd's auch gleich schnappen. Was, du lebst noch, du misst vorher? Oh, gut hier. Ach, da sind lebt immer noch. Oh, die stecken wir auch bloß die Pfote raus. Na komm, steck den Kopf raus. So wie da vorher, ja. Na gut. Naja. Spielt man noch auf das schon hier. Stehen wir hier lang. Das Ding sieht von hinten aus wie eine AK. Wie sieht das Ding von hinten aus wie eine AK? So. Hm, ja. Guckt ihr noch? Scheinbar nicht. Von rechts auch nicht was. Wo ist er? Oh ja, die sind nicht selber, mein Freund. Wo ist er denn hier? So, muss ich den aufstehen hier? Mal schlafen. So, woher wir rummotzen möchten. So, wir könnten jetzt hier den Weg lang gehen. Oder hier hinten. So. Hm. Ich würde sagen, ich gehe hier lang. Oder zumindest gehe ich erst mal hier her. Ich gucke erst mal hier in die Ecke rum. Öffene Straße. Fällt mir nicht. Gucken wir mal auf die anderen Seite. Ein Tixi. Ach ne, das ist eine Tür. Das sieht mal aus wie ein Tixi. Die sieht da schon aus. Wo ist es denn überhaupt hin? Genau, habe ich es überhaupt schon verraten. So, ich sehe hier noch ein Sohn. Na ja, okay. Da geht doch mal hier. Was war denn das? Hä? Ach ne Bank. Da haben wir doch nicht die ganze Zeit. Irgendwelche Träme hier oben. Verstecke ich mich auch gerne mal irgendwo oben. Oh, was haben wir hier schönes? Föte. Föte klingt gut. So. Föte klingt gut. Das konnte ich vom Sonnenstelfen hatten. Oder? Soll ich doch bestimmt reingehen. Alter, was ist das? Das habe ich nicht gesagt. Da sind doch auch irgendwelche Träme hier. Oh ja. Ja. Oh. Die Tür scheint nicht aufzugehen. Ich komme mir schon wieder vor, wie war das Atmos. Snake cam, zielen sie auf die Unterseite, bla bla. Das ist welcher durch die Tür reinklatzen oder was auch weiß Gott. Oh. Das ist schön. Oh. Das ist schön. Noch mehr? Feuermodus. Genau. So. Ne, gut. 15 mal gezogen haben wir noch. Aber noch nicht spielen. So. Ist hier noch jemand drin. Ja. 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 Treppe. Na. Wenn hier keiner runterkommt. Fressischen Besen. Oder? Ich habe auch noch keine Ahnung, wo ich hin soll. Na, ich schliff halt einfach mal den Räschchen drum und knall alles ab. Was mir vor dem Flinte gerät. Kuckuck. Oh, kein Motor. Hm, das sieht doch schön wieder hier sehr gefährlich aus. Ich schliff jetzt hier in der Richtung aus. Zwei Türen. Eine hier, eine hier. Immer hier drin. Leiter. Wer wohnt hier unten? Was ist denn das für ein komischer Raum? Gar nichts drin. Hier ohne Leiter. Na, gehen wir halt mal aufs Dach, was willst. Da ist schon gerade keiner. Oh, scheiße. Da ist einer. Wo hat er hingeguckt? Hat er mich gesehen? Nö. Du siehst meine Hand nicht, gell? Du siehst meine Hand nicht. Oh, oh. Heil dir so. Was? Suchen Sie nach Abseilhagen in der Umgebung. Bla, 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 bla. Abseilhagen. Ach hier. Ach, jetzt habe ich wieder mal ein Ding. Ach, da war da wohl die ganze Zeit da oben. Da, 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 die Markierung oder was. Was ist hier unten los? Ach ja, genau. Ich steine mich hier auf diese Straße ab. Ihr habt es wohl nicht alle. Und das mit deiner Pistole mit der da. Naja, prima. Das kann ja jeder bewärmen. So. Ist hier auch schon wo jemand? Hier unten auch schon was? Ne. Oh, ich glaube, ich habe gerade etwas bewegen sehen, oder? Doch, ich habe doch hier unten etwas bewegen sehen. Ich glaube, den habe ich erwischt. Noch einer? Du bist fast beim Sonnelpunkt. Oh, ja. Vergiss nicht, nach alternativen Wegen durch das Gebiet zu suchen. Ich vermute, die soll hier drüben lang gehen. Gucken wir mal auf die Map. Ah, da hinten steckt einer hinter dem Ding. Und da ist auch noch einer. Oh, da ist ja einiges an Feinden hier. Ach, Quatsch. Wo ist denn der? Der eine scheint beim LKW da hinten zu sein. Übrigens, mit der Munition hat mir nicht gefallen. Und wenn du dich gleich triffst, musst du fünfmal da draufklappen. Das ist doof. Und der zweite, da ist der ganz da hinten. Aber sehe ich den von hier aus. Hm. Ich stehe nicht. Wie geht es hier lang? Ho, 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 ho. Oh, ja. Wie schaut es hier aus? Hm. Ich bin sympathisch und wenig Steckung. Das kann hier heiter werden. Das kann hier heiter werden. Oh Gott. Aber und hier. Okay, noch der Helme. Okay, noch der Helme. Weil er auch den Frau hat, wie sie sind, die Bandit. Ich weiß nicht, ob ich auch gar was gehört. Was ist los hier? Luft doch mal, Mann. Also, ich will noch mal mit dem Mettgucken. Geradeaus runter sind wir über die breite Straße lang oder über die Treppen, dann kommen wir hier oben lang. Hm, 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 hm. Na gut, versuchen wir es mal. Gucken wir erst mal hier. Moment mal, hier geht es ganz lang, oder? Da ist doch was davor. Schaut hier aus. Hier unten muss ja noch irgendwo eh noch hängen, gell? Warte mal, ich versuche den mal von hier oben aus, den zu kriegen. Jetzt diskutieren wir das alles, Kollege. Ja, das war ja okay, die gute Idee gewesen, dass sich da unten schon rauszupatschen. So, Munitionsknapp. Nee, dann sind wir leid hier. Wenig munizieren, wenn wir nicht rumdreffen. So. Ein Hartdach-Valager hat ein MG. Können wir theoretisch einen M. Ja. Nepp. So, ja. Na gut, gehen wir bis zum Elke abziehen. Wer rotzt hier von wo? Du hast die Hufe weggeschossen, oder was? Hufe weggeschossen. Was halten Sie ausrüstungstastik gedrückt, um Ihren Wind da zu öffnen? I. Wie? Ach, gegangen. Aha. Nö, das weiß ich doch alles. Äh. Ich will lieber wissen, wie der Bandit ist. Ich hab noch einen gehört. Ich hab hier noch einen gehört, hier. Da hab ich einen. Da hab ich auch gerade was geschossen, oder? Da hab ich auch noch einen draufgebrannt gekriegt. Man hätte mir erwähnt, wenn ich den Akkog-Ziel für ein Rohr geben kann. Und nicht dieses verkackte Ding hier, was du gerade mal auf eine Schrottflinde drauf basteln kannst. Ich hab noch einen davon echt fähig und was was für ein Durchschnittes gehabt. Was ist das für eine Waffe? Was? Nö, die quälten noch nicht. Wenn die mich deshalb nie gehören. Gut, das ist ja noch. Da will die unbedingt mal schnell sterben. So. Hohoho. Gucken wir mal auf die Map. Ach, ich... Hä? Hä? Wo muss ich denn hin? Ich hab schon wieder die Orientierung verloren, wo ich hin muss. Ich will mal gucken, was da von der Kanone bei sich hat. Oh, der hier hat doch was Schönes gehabt hier. Na, das ist doch mal was hier. Äh, 3. Äh, was muss ich drücken? Wie? Ja, halt nicht das Dreck-Ding. So. Und ne G3K 4. Na toll. Äh, ich mach ja immer meine Schäne. Ja. So. Na, das ist doch was ganz anderes. Da macht doch das Leben schon wieder Freude hier. Ich hab mich wieder mal vor Ort, keine Ahnung wo ich hin soll, wenn wir aufdrehen. Ach, ach, da drüben soll ich lang. Ah, alles klar. Alles klar. Wobei, ich könnte mir die G3 erst mal aufnehmen. Ah, alles klar. Hier soll ich lang. Das ist ja... Hier konnte ich ja von hier aus, konnte ich ja nicht hier runter. So, oh. Lübt die, aber. Ach, das ist doch noch nicht. Das ist doch noch nicht. Das ist doch noch nicht. Dann lasst man halt mitspielen. So. Kommst du? Was ist los, alter? Kommst du noch oder kommst du nicht? Dann bin ich mit einem verbraten. Mistverwache. So, jetzt drüben wir uns den da oben. Na, jetzt ist mal eine Wand hier. Naja, du bist jetzt gleich dran, mein Freund. So. Noch wer noch da kommt. Schaut nicht so aus. Was erzählst du, die Moschee? Tut mir leid, aber die erste LZ war einfach zu heiß. Wir kommen rein und sichern das Dach der Mission. Trefft uns dort. Verstanden. Was? Ah. Ach, das ist wie ob das ein bisschen tutorialmäßig aufgebaut. Oh, okay. Reichen. Oh, jetzt war das Gefühl im Schluss. Lungen, wir haben das Dach gesichert. Wir geben dir De... Geh zum Dach der Kirche. Potswirt wird gespeit. Bewegt einen Haaskeller, sonst räuchert den noch jemand. Hey, was ist denn hier los? Hey, was ist denn hier los? Nichts. Kannst du auch vergessen, mein Freund. Das müssten meine sein, ja? Ja. Ich bin schiesst hier, Leute. Auf den... Auf den Toten hier. Jetzt los. Ja, dann fahren wir nach hier. Das ist zu weit weg von der Granate. Hm. Ja. Ach. Alter, ich schneide voll mit hier vor. Wo bist du? So, wo soll ich hin? Ach, mit hier rauf, oder was? Wer wollen hier alles in der Hütte? Oh, da kamen hier davor. Kommt hier einer. Oh. Habt dich gesehen, Aschloch. Noch mehr, die hier kommen. Gucken wir uns mal. Nöp. Sieht nicht da aus. Okay. Kirche. Rauf hier. Church. Was haben wir hier schönes? Leute von mir? Ah, wie war denn das jetzt hier? Hm, 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 hm. Ich glaube, die hocken jetzt hier irgendwo. Wir würden auf dem Däffern rum und beknistern uns die Mistvögel. Schön nicht zu sehen. Dachte schon, du hättest da hinten einen Kopfsprung aus dem Heli gemacht. Gleich beim ersten Auftrag als Teamführer? Wohl kaum. Entschuldige Position. Schlagen Sie den Feilen-Tarusten-Angriff zurück. Keller, wir geben hier leichte Ziele ab. Wo sollen wir hingehen? Oh, hier. Hier. Oh, ich gehe mal hier runter. Oh, hier. Kommt mal, ich bitte. Ach, da irgendein, bitte. Wärme. Ach, das will. Na, brauche mal. Oh. Oh, na, 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 na. Ich brauche mal. Viel einfacher, als es allein zu machen, oder Keller? Wir sollten uns neu formieren. Die wird nicht neu formiert. Die wird alle selbst geschnalten. Sind sie? Na, 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 na. Na, 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 na. Wir spielen damit, du Arschloch. So, ich hab das Auto hochgegangen, hat die halbe Zivilbevölkerung wieder rausradiert oder was was Blödes? Was ist denn so? Also die, komisch, irgendwie hat die jetzt nicht so richtig geworfen gezeigt, die ich erwartet hab, die G3. Was? Halten? Alt? Blablabla? Formatieren? So, und jetzt, wo sollen wir hin, was sollen wir machen? Kommt noch einer hier oder was? Sagen wir, bin ich bescheuert oder was? Schlagen die den Angriff zurück. Kommt das keiner mehr? Ist das blöd? Ist jemand in den Augen jemand? Wird mitspielen oder so? Nein. Hier hinten, den hat er doch auch erledigt, oder? Den hat ich doch auch erwischt. Hohohohoho. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hat nichts angezeigt. Da ist vielleicht da unten einer drin oder was? Das ist jetzt doof. Hier ist auch keiner. Uh, ich bin hier, schießt mal auf mich, damit ich auf mich schießen kann. Kann ich mich auch absehen? Auch nicht. Scheiße. Gehen wir da runter. Schauen wir mal, was mir passiert. Oh, vielleicht ein bisschen laden wäre vielleicht. Keine blöde Idee. Ne, muss keiner daheim. Oh. Kontakt! Tango! Mehr! Die Arschwässer. Mehr von Handgranate. Kalt! Ausgeschaltet! Kontaktskreise! Kappi! Kalt! Weiß der Schuss! Ein Rundräumer. Ich habe ihn gerade gesehen. Da hinten hüpfen sie um wie die Hornickel. Ach ne, das ist jetzt mal das Geländgeräusch. Das ist auch geil. Ähm. Warte aus. Ja, da ist die Spiegel-Auslösche. Die Koyoten benutzen das Gleisgelände, um Sklavenarbeiter über die Grenze zu transportieren. Befreit alle Geiseln, die ihr findet. Was? Sind die mexikanischen Spezialeinheiten mit im Boot? Die GAFE wird das Gebiet sichern, sobald ihr das Signal gebt. Hey, warum kümmern wir uns eigentlich um illegale Immigranten? Weil diese Menschen Besseres verdient haben, Gabriel. Und sie bekommen unsere Hilfe. Viel Glück. Bestätigt, Joe. Gehen zum Gleisgelände. Oh. Zum Gleisgelände. Ja, den ersten Part mache ich heute mal wirklich ein bisschen länger. Damit sich das auch lohnt für euch. Schrott. Ja. Momentan haben sie noch nicht die Waffen, die mir gefallen. Wie sind das auch? Munition haben wir aufgesammelt. Okay. Schrott. Ja, ne, das ist nicht so mein Ding. Nochmal. Munition. Geh nochmal die andere, damit ich schon noch laden kann. Oh, das ist schon voll. Gut. Okay. Auf zum Gleis... Läuft denn hier so komisch. Auf zum Gleisgelände. Das ist schon ein Gleisgelände. Oder trenne ich doch den Part? Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon gespielt habe. Ach, ich werde den Part doch trennen. Wir gehen jetzt noch hier vor. Ach so. Wenn der nächste... Hat da gerade jemand geschossen? Wenn der nächste Speicherpunkt kommt... Und... Äh... Machen wir eins. Ja. X, Sprengsatz legen. Oh. 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 Schrengsatz. Schrengsatz. Ja, Sir. Man muss eben diese Tangos hier rum springen. Falskontakt. Murphy, Murphy. In Position. Happy. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Ah, da hinten ist noch jemand. So, mein Freund. Ich bin auch schon schön dran. So, bist du? Ah, da hinten bist du. Komm noch mal raus. Ja, ich steck das nicht schon raus. Komm. Oh, scheiße. Munition, Alter. So ein Käse. Ich steh mal auf, dass ich das besser ziehe. Die sind ganz laut. Oder? Ja. Wurde zumindest nicht mehr angezeigt. So. Mach ich hier auch mal den Speicherpunkt? Jetzt hab ich wieder nicht aufgepasst. Ach, ich bin hier forschbar. Komm, hier. Was hat denn hier vor offen gehabt? Verkackte AKs. Was? Mec-11. Uns beiden. Kommt zusammen. Wenn wir ja auch den Krieg spielen können. Wo soll man überhaupt hin? Haben sie euch das auch gesagt? Also irgendwie, wenn die ganze Zeit immer nicht wohin soll. Da bin ich auch ein bisschen nervig. was hat mir geschossen das hier durch diese hohle gasse wird er kommen die autos finde ich so geil diese möhre an ja herrlich jemand herumspielen oder so fortschritt gespeichert ja ok würde ich sagen ich mache erst mal ein cut und ja wir sehen uns im nächsten fort wieder tschüss und weg schare da an elf hier